Wir haben also unsere Aufgabe erfüllt und die Frage gelöst, warum es darauf keine Antwort gibt, dass es darauf keine Antwort zu geben beliebt, warum es dem Menschen einerseits in kurzen Aufklaffungsmomenten eine Existenzgewissheit verschafft, beschert oder es damit prügelt, während es gleichzeitig unter dem gleichen Modus ihm keine Antwort darauf zu geben, warum keine Antwort gegeben wird, warum etwas überhaupt existieren soll, wenn es dann doch wieder vollständig hinfällig und ausgelöscht und vernichtet wird. Warum es nicht die Gnade des Tieres besitzt, nichts von seiner Existenz und von seinem Tode zu wissen und warum dieses Wissen um das Tödliche, die Voraussetzung für das Übererfolgreichsein dieses nackten und hilfenlosen Affenwesens überhaupt geworden ist. Die Antwort findet sie in den letzten Wochen bis Monaten, aber auch bereits im letzten Video enthalten.